Die kürzesten Wege von R1 zu allen anderen Routern im Netzwerk sollen bestimmt werden. Wir beginnen mit Router R1 und gehen zu den Nachbar-Routern R2 und R3. Wir merken uns deren Distanzen zu R1. Wenn wir von R2 zu R1 gehen, haben wir die Distanz 4. Wenn wir von R3 zu R1 gehen, haben wir die Distanz 3. Der Router mit der geringsten Distanz wird ausgewählt und markiert, also hier R3. Wenn die Router markiert worden sind, werden sie im weiteren Verlauf nicht mehr berücksichtigt, da die Wege für sie optimal sind und nicht mehr verbessert werden können. Jetzt gehen wir von dem zuletzt markierten Router R3 zu dessen Nachbar-Routern R4 und R7 und ermitteln die jeweiligen Wege zu R1. Jetzt werden alle noch nicht markierten Router, also R4, R7 und auch R2 betrachtet. Der Router mit der geringsten Distanz wird ausgewählt und markiert, also R2. Wir gehen wieder vom zuletzt markierten Router R2 zu dessen Nachbar-Routern R4 und R5 und merken uns deren Distanzen zu R1. Der neue Weg von R4 über R2 ist günstiger als der alte Weg von R4 über R3. Deshalb wird bei R4 der günstigere Weg eingetragen. Der Router mit der geringsten Distanz wird ausgewählt und markiert. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, R4 oder R5, die beide ausgewählt werden könnten, da sie die gleichen Distanzen haben. Wir wählen R4. Wir gehen nun vom markierten Router R4 zum einzigen Nachbar-Router R6 und merken uns dessen Distanz zu R1. Der Router mit der geringsten Distanz wird ausgewählt und markiert, also R5. Wir gehen von Router R5 zu dessen Nachbar-Routern R6 und R8 und merken uns deren Distanzen zu R1. Da diesmal der neue Weg von R6 über R5 mit der Distanz 11 ungünstiger ist als der alte Weg über R4 mit der Distanz 9, wird der Eintrag für R6 nicht verändert. Der Router mit der geringsten Distanz wird ausgewählt und markiert. Es gibt hier wieder zwei Möglichkeiten, R6 oder R7. Wir wählen R6. Von R6 gehen wir zu dem einzigen Nachbar-Router R7 und merken uns dessen Distanz zu R1. Da der Weg von R7 über R6 mit der Distanz 13 ungünstiger ist als der Weg über R3 mit der Distanz 9, wird der Eintrag für R7 nicht verändert. Router R7 hat den Weg mit der geringsten Distanz und wird markiert. Wir gehen von Router R7 zu dem einzigen Nachbar-Router R8 und merken uns dessen Distanz zu R1. Da der Weg von R8 über R7 die Distanz 14 hat und ungünstiger ist als der Weg über R5 mit der Distanz 12, wird der Eintrag für R8 nicht verändert. Und wieder wird der Router mit den geringsten Kosten ausgewählt und markiert, also R8. Jetzt sind alle Router markiert und damit die kürzesten Wege zu R1 bestimmt.